Bei der Love Parade 2010 in Duisburg starben 21 Menschen, zahlreiche wurden verletzt. In den vergangenen Wochen ist über die Geschehnisse des Tages viel spekuliert worden. Dieser Film zeigt, was sich am 24. Juli ereignet hat. Er basiert auf den Aufzeichnungen der Überwachungskameras, erklärenden Animationen, Dokumenten, Presseberichten und Aussagen von Augenzeugen. Um verstehen zu können, was am 24. Juli geschehen ist, müssen wir uns zuerst das Gelände der Love Parade in Duisburg vor Augen führen. Im nördlichen Bereich ist das eigentliche Festgelände. Hier fahren die Floats, die Trucks mit den DJs, in einem Rundkurs um die alten Güterbahnhofshallen. Hier befindet sich auch die große Bühne der Abschlusskundgebung. Um auf das Gelände zu gelangen, müssen die Besucher zuerst die Eingangsschleusen auf der West- oder Ostseite passieren. Über diese Schleusen wird der Besucherzufluss gesteuert. Über die Kalea-Straße gelangen die Besucher dann zu der großen Ein- und Ausgangsrampe, die auf das Gelände führt. Eine zweite, kleinere Rampe fungiert als zweiter Ausgang. Die Kalea-Straße führt auf der Ostseite durch einen Tunnel und auf der Westseite unter drei Brücken durch. Dieser Bereich wurde von Überwachungskameras gefilmt. Die eingeblendeten Symbole zeigen die Lage der Kameras und die Richtung, in die sie gefilmt haben. Im unteren Teil der großen Ein- und Ausgangsrampe kommt es ab 16.40 Uhr zum Unglück. Was ist geschehen? Die ersten dreieinhalb Stunden funktionierte das Ein- und Ausgangssystem ohne gravierende Vorkommnisse. Das belegen die Aufzeichnungen der Überwachungskameras. Nachdem ein Einsatzfahrzeug um 15.50 Uhr die Kalea-Straße von West nach Ost durchquert hat, bilden Polizeibeamte im Westen eine Kette vor der kleinen Ausgangsrampe. Dadurch wird der Zu- und Abstrom der Besucher im Westen blockiert. Nur wenige kommen heraus. Sieben Minuten später bildet die Polizei im Tunnel auf der Ostseite die zweite Polizeikette. Somit sind beide Zugänge im Tunnel- und Brückenbereich durch die Polizei blockiert. Gegen 16 Uhr. Man kann deutlich sehen, dass es aus Richtung Westen bis zur ersten Polizeikette nur einen geringen Zustrom von Besuchern gibt. Zwei Minuten später ändert sich hier die Lage schlagartig. Aus Richtung des Schleusenbereichs West setzt ein plötzlicher Besucherstrom ein und staut sich vor der ersten Polizeikette. Laut Zeugenaussagen hat die Polizei angeordnet, die Eingangsschleusen im Westen zu öffnen. Um 16.02 Uhr verschiebt sich die erste Polizeikette im Westen hinter die kleinere Ausgangsrampe. Jetzt geschieht noch etwas, was bisher niemand erklären konnte. Die Polizei bildet auf der großen Ein- und Ausgangsrampe an der schmalsten Stelle, im unteren Drittel, eine dritte Polizeikette. Die Entscheidung der Polizei, die große Ein- und Ausgangsrampe mit einer Polizeikette zu sperren, bewertete die Feuerwehrleitung in einem Gedächtnisprotokoll als Zitat Um 16.12 Uhr schließt die Polizei auf der großen Ein- und Ausgangsrampe die dritte Polizeikette komplett. Es bildet sich eine immer größer werdende Menschenmenge, die das Gelände verlassen will, aber nicht weiterkommt. Ein Fropf entsteht. Seit bereits 15 Minuten blockieren die Polizeiketten im westlichen Brückenbereich und im östlichen Tunnelbereich den Zu- und Abfluss der Besucherströme. Der Bereich zwischen den drei Polizeiketten ist nun fast leer. Gleichzeitig erhöht sich der Druck auf der anderen Seite der drei Polizeiketten durch die nachströmenden Besucher. Gegen 16.13 Uhr löst sich im östlichen Tunnelbereich die zweite Polizeikette auf. Es kommt zu einem Handgemenge zwischen Polizei und Besuchern. Nun strömt aus östlicher Richtung die aufgestaute Besuchermenge ungehindert in Richtung der großen Ein- und Ausgangsrampe und läuft den beiden anderen Polizeiketten in den Rücken. Gegen 16.20 Uhr wird die erste Polizeikette im Westen kontrolliert aufgelöst. In der Folge strömen aus beiden Tunnelrichtungen die aufgestauten Besuchermengen ungehindert auf den unteren Bereich der großen Ein- und Ausgangsrampe. Sie laufen frontal gegen den Fropf, der immer noch von der dritten Polizeikette gehalten wird. Jetzt stehen sich zwei dicht gedrängte Menschenmassen gegenüber, noch immer durch die dritte Polizeikette getrennt. In den nächsten 20 Minuten verschlimmert sich dieser Zustand zunehmend, da der Zustrom der Besucher aus West und Ost ungebremst weiterläuft. Der Druck auf die Menschenmenge im unteren Teil der großen Rampe wird immer größer. Hier ist die Lage jetzt ausweglos. Die Menschen sind eingekesselt. Immer mehr versuchen den Kessel über eine abgesperrte Treppe und mehrere Lichtmasten zu verlassen. Diese Situation verschärft sich zunehmend. Immer mehr Menschen versuchen sich jetzt über diese Wege aus dem Kessel zu retten. Ab ca. 16.40 Uhr ist die Menschenmenge so dicht gedrängt, dass es zu den ersten Toten kommt.